This should be it. We're right underneath the center of Crawford. The old school should be directly above us. Okay, people. This is it. Remember the plan. We stay quiet. We stay hidden. And we stay together. We find what we need and we get the hell out before anyone even knows we're there. Got it? Okay. Hallo euch und herzlich willkommen. And that part about staying close. It goes double for you. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Walking Dead. Sollen sagen wir es. Ich bin Craner von Critical Error. Ja genau. Heben wir das Ganze. Okay. Also wir greifen jetzt hier Crawford an anscheinend. Where is everybody? There should be guards patrolling. What? Are you disappointed? It's just strange is all. I think I see one. Over there by the door. Okay. Me and Kenny will sneak up and try to take him out quiet. The rest of you wait for our signal, then follow us over. Everybody got it? Okay, Kenny. Let's do this quiet. No shooting unless there's no other choice. Right behind you. What the fuck? What the fuck is a walker doing inside here? Get inside. Fast! Oh, scheiße. Erzähl mir jetzt bitte nicht. Scheiße. Typen haben sich selbst ausgeschaltet. Wetten. Ah, super. Ich kann's mir ganz genau denken, was hier passiert ist. Die waren stark, aber nicht stark genug, hm? Fuck. 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 Do you think they saw us? Your guess is as good as mine. Okay. What the hell happened here? I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always win. Oh, man. We are so screwed. Oh, Ben. Ich find... No. This is good. Ja. Er hat recht. Vernon's right. We can deal with Walkers easier than our guards. I agree. So long as we don't let them box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time Walkers show up, the plan changes. Do you even have any idea, how many of them are out there? No. You want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Sieh's gut. Ich mag's jetzt. Komm, ich denke, ich weiß, welchen Weg zu hin. Okay. Also Crawford ist zwar alt. Ja, Ben. Ich hab ein geschlechtes Gefühl auch mit dir. Und trotzdem rame ich dir keine scheiß Axt in den Schädel, wie du es eigentlich verdient hättest. Ah! Weil da ist jemand gestorben. Keiner hat's gemerkt und er hat's ja... Und er ist dann wieder aufgestanden. Vielleicht haben sie nicht gewusst, dass die Leute, die tot sind, nochmal getötet werden müssen. Ich weiß es nicht. Hier! Weiter fahren wir auch noch die Wahrheit. Oder auch nicht. Okay. Also, wir brauchen eine beschissene Batterie. Benzin und Medizin. So. Aha. Hier haben die wohl ihre Besprechungen durchgeführt. Armory. Kann nicht schaden. Ja, komm, tritt die scheiß Tür ein. Alter, was ist das für eine Tür? Eine Stahltür oder was? Du hast eine scheiß Axt. Es sieht aus, dass sie dieses Zimmer als irgendeinem Kommandzentrum benutzen würden. Okay, also jetzt was? Wo haben wir angefangen? Komm. Hier. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte mal sagen, sie kennt sich aus. Gib mir kurz ein bisschen. Ich muss kurz niesen, glaube ich. Ah, nein? Okay. Was ist das für die Medizin? Ich habe halt eigentlich nicht mehr aufmerksam. Hier. Die Medizinstation. Sie haben es als Medizin-Fazilität benutzt. Wie wissen Sie das? Oh, sie verratet uns etwas nicht. Wo können wir finden, was wir finden, was für das Boot? Es gibt eine Unternehmung von dem Spielplatz, hier. Wenn es sich in der Flügel steckt, dann wird es wahrscheinlich wo es sein. Also, wir brauchen nur eine Batterie. Das Auto-Shop. Es ist direkt neben der Tür. Ja, es heißt Hermanns. Du kannst es nicht missen. Okay, ich mache den Weg nach der Unternehmung für die Flügel. Es wird schneller, wenn ich mit dir gehen. Ich kann dich direkt nach der Flügel. Ich komme, auch. Ja, das stimmt. Na gut. Nein, also ich bin auch der Meinung, dass der Walker-Ausbruch hier gut für uns ist. Oh, was soll Clem machen? Ben, da sieht man mal. Ich finde es witzig, weißt du, dass eigentlich, dass das kleine Mädel ja mehr drauf hat als Ben. Ich meine, gut, sie konnte auch nicht sofort schießen, aber... Naja. Hopscotch. Yay, lass uns hüpfen. Nein, nicht. Na super. Oh, wow. Ist hier irgendwas. Sieht aus, dass sie hier ziemlich ein System hatten. Crawford's finalen Lösung. Ich würde es gerne nochmal lesen. Ah, warte mal. Ah, super, danke. Also, was war das? Number of Eliqual citizens. Also, wie viele wohl drin gelebt haben? Wie viele nach Crawford gebracht wurden? Wie viele Walker gefunden wurden? Ist das der Dreier? Days sind Tage seit dem Ausbruch. Initial Persons. Hm. Wie viele wahrscheinlich durchsucht wurden? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht alles. So, Armory. Ich frag mal, ob er es glaubt. Hey, du brauchst keine Hilfe mit dem? Uh, danke. Ich habe es. Ich habe es nur noch einmal. Ich würde gerne machen, dass ich etwas sinnvolle mache. Ich weiß, was du? Du hast sehr sinnvoll. Ja, richtig. Es ist, dass alles, was ich immer mache, ist, dass wir uns in die Probleme haben. Na gut, ich werde dich mit dem. Ah. Okay. He does. Oh, it does. Why am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him. Scheiße. He has it at this time! Hey, maybe you're okay walking around with somebody's blood on your hands, but that's not who I am. I can't just pretend it never happened. Look, we need Kenny. We need him to hold this shit together before we're gonna get out of here. So you need to keep this to yourself. For the good of everyone. You hear me? Lee? Er hat recht. Also Lee. Er hat auch recht. I hear you. I'm gonna get back to this. Er meint's, ich weiß schon wie er's meint. You okay, Clem? Yeah. This desk is just like the ones we have in my school. I know it's weird, but I kinda miss it. Being in school. Mhm. It's not weird at all. So do I. You haven't been in school since forever. Hey, I'm not that old. And I used to be a teacher. Remember? American history. Do you think things will ever be normal again? Just like the way they were before? Die Frage hasse ich. I don't know, Sweet Pea. But we all have to believe they will. Remember what Katja said back on the farm? She said we'll all be home soon. And now she's dead. But we're not. We're still alive. And we have to keep hope alive too. It's the one thing none of this can take away. Oh yeah. Okay, also ich glaub hier ist eher ein bisschen Schrott. Nichts was ich wirklich brauchen kann. Just a bunch of paste. Have to wonder what's going on in the rest of the world. Das stimmt. Also ich meine auch wirklich Ben. Ben kann's von mir sobald wir wirklich quasi sicher sind. Würde ich sagen, kann Ben ruhig erzählen. Das wird zwar eine ziemliche Scheiße auslaufen. So according to Bree, fuel is at the maintenance shed. Medicine might be at the nurse's office. And a battery would probably be at the auto shop out through here. The fuel's in a shed across from the playground. It's just outside the stairwell. We can't find medicine anywhere. It would be the place to look. Bree said the entrance to the auto shop was in the alleyway by this fire escape. Okay. Gehen wir. Ich glaub nicht, dass hier so viel zum anschauen ist. Okay. Also was wollte ich jetzt sagen? Also wenn sobald der ganze Scheiße vorbei ist, soll's Ben ihm unbedingt sagen. Das spiel ich. Oh, ich hab vergessen. Ich hoffe, offline zu stellen. Okay. Ähm. Bla bla bla. Nichts wirklich wichtiges. Wer fährt denn? Ah, der Governor. Für alle, die die Serie kennen. Ah, der Governor. Für alle, die die Serie kennen. Ah, der Governor. Alter, stress mich nicht. Bin sensibel. Ich weiß ja nicht was das ist. Ich weiß ja nicht was das läuft. Logan. Ich hab's nicht irgendwie... Ich hab irgendwann mal im Internet einen Trick gelesen. Dass all diese Schlösser nämlich so ein spezielles System haben, wie man sie immer raufkriegt. Hm. Draußen? Ich möchte genauso weg. So, aber ich mach mir jetzt grad eher Gedanken, wen ich mich... You out here? Guess I'm not going that way. Yep. Looters will be shot on side. Ja, das glaub ich gerne, dass das bei den... Hot O shut must be down this way. Woho. Ja, gut. Ah, fuck. Ich check das lieber nach. Wer weiß, was das ist. Medialfall Molly, weil das war zu schnell für einen Walker. Okay. Hier ist nichts. What the fuck? Fuck. Na gut, dann checken wir mal weiter und hoffen, dass was immer dahinten war nicht... Was haben wir denn hier? Ah, warte, erst checke ich noch draußen alles ab. Foto-ID. Okay. Okay. Nervt das? Okay. Hemischt. Okay. Okay. Wollen wir mal das geschafft. Wohh. Woh. Oh! Öffne dich. Okay. Oder auch nicht. Gut. Wollt mir, dass Molly wenigstens so brav auf mich wartet. Nettes Mädel. Ich glaube, ich muss ja demnächst meinen. Okay. Ach, stimmt. Nope. Yep. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Okay. Sicherheitsschlag. Wow. He's mine. Ich habe das Gefühl, sie kennt ihn. Oh ja, nein. What? Ich glaube, du hast ihn. Ein weiterer. He's wearing medical scrubs. Some kind of scientist or doctor maybe? Yeah, well, he ain't shit new. Okay. Wäre der Typ besser. Yeah, but the garage door is jammed. Can't raise it. Not a problem. Look what I found. Oh yeah, that'll work. Yep. Beeilung, 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 beeilung. Oh ja, genau. Start sie doch an. Oh, verdammt. Und gleich kriegt sie. Ja, weißt du. Alter Schwede, 50.000 Mal greift sie das Schwein an. Und nicht ein einziger Schlag in den Kopf. Jetzt mal ehrlich. Take a look around. I'll make sure no stragglers get under this door. Nein. Well, I can see where the battery should be, but it's not. Perfect. Nee, was ist der im Plan gewesen? That blinking must be an anti-theft system. The chance of a working battery being in that car. If I can find a way to get up there. Oder das Ding runterkriegen. No power. Hm. More of Crawfords rules. How did anybody live like this? I'd rather take my chances on the outside. Hm. Looks like it's the holes for the lift hydraulics. Geben wir mal. Looters will be, ja, ja. Das ist klar. It's locked. No way in. Naja, das ist ja nur Glas. Gut. Gut. Das ist, finde ich... Was jetzt? Und jetzt? Oh. Oh. Don't think I can put that holes apart with just my hands. Maybe if I had something to cut it with. Okay. Was hab ich denn? Das Walkie-Talkie. Na, super. Naja. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Schauen, ob ich rausfinde, wie man das Ding zerstört. Öffnet. Was auch immer. Crane out. Schauen, ob ich rausfinde, wie man das Ding zerstört.